Check! Hä, was ist denn das doch verrückte Krakel? Das kann ja kaum mehr in Schlese. Was ist denn das für ein Titel? Ah, das ist eine Black Metal Band aus Würzburg. Geil, da hole ich mir gleich mal ein Ticket. Ja, hier läuft der Druck für das Ticket zu Der Weg einer Freiheit. Als Support gibt es in Aschaffenburg Regarde les hommes tombés und Bizarre Kult. Jawohl, da kommt es raus. Da kann ich jetzt mal schön abfeiern. Jawohl, Der Weg einer Freiheit gibt es jetzt bald auch auf meinem YouTube-Kanal. Immer in den Videos mal ein bisschen reingeschnitten für den Hintergrund. Ja, Black Metal Songs sind natürlich immer sehr, sehr lang. Deshalb wird es da nie wahrscheinlich ein komplettes Lied bei mir zu hören geben. Aber ihr könnt natürlich auf den Kanal von Der Weg einer Freiheit mal draufklicken. Da könnt ihr die ganzen Sachen auch vollständig anhören, beziehungsweise bei Spotify und Instagram und so weiter folgen. Das mache ich euch alles in die Videobeschreibung rein. Und wer Bock hat, mich zu treffen, am 27.09. spielt Der Weg einer Freiheit im Kolossal in Aschaffenburg. Ticket habe ich ja schon gedruckt. Da geht es ab. Wer mit mir feiern will, der kommt da vorbei. Und jetzt wünsche ich euch Good Darts. Termины gibt es aber mich erstens. I- контр relate auf dem Hintern. Das hilft, es heilt die göttliche Kraft! Outro clipäbbersen, barcode Sie på den erstenagρώden TRADER 2Ü ش. Vielen Dank.